Als führender Softwarehersteller für die Verwaltung von Werkzeugdaten bietet TDM Systems mit dem TDM Global Line Basismodul eine Lösung für hocheffiziente Kommunikation zwischen Planungs- und Fertigungssystemen. TDM Systems ermöglicht Anwendern von Esprit durch die TDM Esprit Integration mit TDM Global Line und den passenden CAM-Schnittstellenmodulen eine schnellere Werkzeugauswahl, die einheitliche Übergabe von Schnittdaten und Geometrien sowie das Rückübertragen der fertigen Werkzeuglisten an die TDM Werkzeugverwaltung. Nutzen Sie unternehmenspezifisches Werkzeug-Know-how per Mausklick schnell und effizient in Ihrer gewohnten Esprit Programmierumgebung in allen Phasen Ihres CAM-Planungsprozesses. Mit TDM Global Line, dem CAD-Features TDM 2D Grafik-Editor, TDM 3D Solid Editor und TDM 3D Solid Converter erstellen Sie ganz einfach TDM 3D Daten und konvertieren diese ins Esprit-spezifische Format. Einmal in TDM angelegte 3D Daten stehen per Mausklick für alle CAM- und Simulationssysteme bereit. Die TDM Werkzeugauswahl ist direkt in der Esprit Toolbar integriert. Sie wählen einfach aus der TDM Werkzeugverwaltung Ihr gewünschtes Werkzeug aus und importieren dies in Esprit. Sie wählen Ihre Fräs-Operation und importieren die Prozessdaten aus der TDM Datenbank. Anhand einer realistischen Computersimulation überprüfen Sie den gesamten Bearbeitungsvorgang. Nach Fertigstellung des NC-Programms wird die Werkzeugliste gespeichert und von Esprit nach TDM übertragen. Mit der TDM Esprit Integration setzen Sie auf einen effizienten Planungsprozess und maximale Produktivität von Anfang an. TDM Systems – Ihre Spezialisten für Produktivitätssteigerung.